Let's play games, Ultima's Life, Season 1. So, hallo meine lieben Freunde und willkommen zu einer neuen Folge von Let's play Ultima's Life mit dem MNCR-Clan. Heute mit dabei der Todeskorb von Benni. Servus. Und meine Wenigkeit, der Darkie. So, wir sind immer noch unterwegs zu den DPs, um unsere Delivery-Messions abzugeben. Und ich weiß gar nicht, 13 und 17, ne? Äh, ja. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Eins ist oben bei 20, ich weiß 17 und ich habe 13 angewählt, das ist jetzt, ne, ich glaube, deins 13. Ich muss auf M Aufgaben drücken. M das siehste, was deins war. Aufkommen. 14. Hm, ich hab 13 und 17, ne, aber so. Wo ist denn 14? Weiß ich nicht. 13 ist da, da kann er 15, ist auch da, hier, Briefkasten, 14. Ja, wer hat ein bisschen weiter wie 13. Und du bist ja so. Was macht denn der? Mach keinen Scheiß. Ja, einfach anhalten, anhalten und dann wieder sortieren. Das hab ich nämlich vorhin auch gehabt, das hört nicht mehr auf, gell? Boah, voll einschlag gerade eben. Ne, also wie gesagt, wir fahren jetzt noch eben unsere Delivery Missions. Was, was sind wir denn? Ja, immer noch nicht um. Na, noch lang nicht. Junge, Junge, also Autofahren ist echt langwierig. Sollen wir noch mal beim Flughafen, wir fahren da sowieso vorbei, mal anhalten und gucken, ob wir ein Heli haben? Ja, ich denk mal erst mal im Wiesbaden. Boah, 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 boah. Boah, 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 boah. Boah, quer. Voll gerammt? Was, der hat uns gerammt? Ja. Warte. Ja, zwei Reifen sind im Arsch. Warte, ich stecke aus dem Keine Ball. Ja, ja. Wie, 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 wie reparat man noch mal? Windows-Taste. jetzt aber hoffentlich rammt uns keine mehr für die 1 ja super 12 13 14 15 ja eben bleibt auch nicht stehen freund und helfer freund und helfer wollen aber nicht im weg stecken der arbeit irgendwann müssen wir mal doch in diesen teams beginn es ärgert mich ein bisschen dass man hier ein teamspeak muss um praktisch sich vorzustellen das finde ich ein bisschen naja also ich bin nicht so der der freund von sowas elende vorbereitung da gleich 87 88 90 91 92 93 94 und dunkel ich mache mir auch nicht da eigentlich die ganze zeit jetzt hast du nicht aber schweller ist nicht lehrer werden kann ich nicht nee ich habe leider keine ersatzteile muss ich bestellen kommt morgen das ist falsch aber kein scheiß hier oder ich fahre ich jetzt schon sein gefahren ach der schon ist reingefahren wenn ich dafür wenn da zwei kommen muss ich ausweiten und das wird man halt schön hör auf damit du und deine schießen tasten das ist natürlich was machen macht schießen auf jeden fall wird jetzt gerade nacht nackt nackt ich habe licht angemacht das sieht man da muss ich haben ja außer man ist es ist egal ob man ramm ist einer der rammsteil jetzt müssen wir auf jeden fall irgendwo mal was kaufen jetzt haben wir keine reparatur kids mehr ja kommt da was auf der nähe auf dem weg dahin ölhändler etm deutsche raumfahrt gesellschaft poststelle poststelle garage r also würde ich mal eben hinfahren wenn ich du wäre also einfach mal gucken beim r ja genau genau im r ort obama hat er das mir an der denn sie will ja und rein scheißt die nächstmögliche bitte nach rechts in circa 500 metern rechts ab jetzt rechts abbiegen hier rechts also das andere links umdrehen rechts links ja umdrehen warum weil du falsch bist weil du nicht rechts abgebogen jetzt bitte geradeaus hier geradeaus ja und jetzt bitte links abbiegen links jetzt links links die bremsen sind geil die würde ich mal in deiner stelle einstellen und jetzt gleich wieder links vor die hangars bitte hier ist die air garage hier steht air garage ganz groß dran jetzt stoppt bringt eh nichts mehr sind noch gar nicht da ist doch noch dunkel draußen darf man gar nicht nackt nachtflugverbot nackt flugverbot das müsste jetzt eine air garage sein ja nein geht nicht aktualisieren auch nicht nein habe ich gerade aber sieht irgendwie geil aus dieses airfield so ich glaube wir fahren das mal sehr viel lang direkt auf dem airfield oder ja ich fall nochmal in die lichter hinterher genau und ganz vorne an der hauptlandebahn nach links bitte wo ist denn die hauptlandebahn ja ganz vorne da wo die vielen lichter sind oder 1 2 jetzt hier 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 meinst du starten oder kommt schon einer da das ist ein helikopter obamse oder was helikopter ist hinter uns einer gleich so ne Flugzeuge über uns wir starten halt voll ihr hört aber die landebahn auf macht keinen sinn was kommt danach hier ist dunkel macht keinen sinn war einfach geradeaus wenn da kein zaun kommt keine ahnung was da kommt ich sehe es nicht lichter kam da also lichter aus ok das war's so heute wir lauften voll ja garage haben wir mein auto das ist kaputt gemacht ich wusste ja nicht wieso gegen die lichter wieso kann ich nicht rennen schon wieder was ist denn mit mir ich sehe mich nicht ja weil dunkel hier ich kann hier nicht laufen ach ich habe ein nachtgerät ich laufe jetzt irgendwo hin wo lichter sind zum haupt kommunikationszentrum ist das dunkel ich mache jetzt mein nachtgerät an na guck mal ein bisschen nacht sich geld siehst du mich weil naja das passt das was ich sehe da ist hier nicht komplett ich habe nacht sich gerät du bist falsch ein bisschen nach links links halten wir halten nicht mehr kannst geradeaus laufen ja ich laufe zu den großen gewaltig man sieht die ja gut man sieht die ja gut wir haben halt ein auto geschrottet ich weiße nach alles wieder da ist kein problem ja eben es gibt mich jetzt wenig was wir können jetzt nicht weiter kill stufe 8 erreicht was kill kill stufe 8 kill stufe wer hast du getötet kill stufe 2 fortschritt 11 von 20 lassen wir in der kontakt auto 200 meter vorwärts steht das bestand da bei mir unten da ist auf jeden fall ein helien großer soll man klauen ich will ja irgendwann ein ding sein na wie heißen sie sanitäter und da darf man es nicht nicht schlecht benehmen kann es auch nur noch laufen oder ja ja schon dauernd gibt es hier was zu essen wir sind jetzt gleich da ja schon garage aber nichts zu kaufen nichts zum essen auch schon jetzt sind wir nicht schlecht wir sollten langsam was essen ja ja ich kann wieder rein so ich sehe wieder was über zähl ich habe schon polizei ich habe zu ob es oder helikopfer kommen wir nehmen wir guten tag einen großen helikopfer nehmen wir haben überhaupt der kürze arbeit eine millionen 1000 fragen aber dich mitnimmt zum nächsten carshop vielleicht ach so ja halt gut ich könnte noch mitgehen als was sie einsteigen geht noch schon riesen Ding des Teils LKW das ist ein LKW Achtung LKW kommt LKW kommt, geh mal weg hat der LKW auch da ein Tankwagen Auf komm, Kerl Ach wie geht nicht? Ringdeke Ding Ringdeke Ding 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 Was war man jetzt eigentlich? Ja zu unseren DP du Eimer Hier recht Hatte 14 habe ich und du hast glaube ich 17 ja da brauche ich mir das brennverhalten ist hinter mir jemand nein war viel besser geschleunigung ist zwar von arsch aber ja da macht was anderes was anderes wie der andere karren das nicht ganz so schwammig sie auch im sport lego szene wenn lachser oder was in lachser guck mal da die staatsbank stadt hier ist die stadt ja ohne waffen blöd immer auf der straße folgsen ja du gerade in der stadt kommt nix und der nächste stadt ich habe jetzt noch 40 prozent ich habe 38 gibt es auch nichts es gibt nirgends was zum kaufen so viel aber ist egal wir können abgeben wenn wir nicht mal spawnen gehen wir irgendwo anders worden in der hauptstadt ja eben ich nehme es ja auch pupsiger geben wir sterben ja nicht stirbst erst bei 0 0 sie auch gar nichts ich bin ich nein alles doch alles dark side of life well we have cookies come to the dark side we have kogges 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 mauern wir haben alles in anführungszeichen als ob man kein kogges geben sollte ja der packt ein bisschen mehr gas final countdown melden wow ja wohin rechts links oder doch ja aber eben immer teiter ja ok immer teiter fahren blatt auf jeden fall haben wir ja bamsa gesehen live und in farbe im wahrsten sinne des wortes wir haben obama in farbe gesehen und gut oh nein kommst du gleich ne war cool mal so ein special event fand ich geil in der ortschaft kommst du jetzt nicht was gibt es ja keine 90 grad links kurve warte mal ich muss mir eben z drücken warum kriege ich denn auf mein konto mein ganzes geld überwiesen und nicht in meinem bargeld kriegst du immer auf dem links wenn du nicht nur zum konto ok warte kriegst du nur dps ok aber gleich mal speichern na brauche ich ja nicht hab ich mal nebenher gemacht kostet ja nichts ach so ja immer auf der straße bleiben und in zwei minuten immer bei dps speichern schläzen dann kannst du abgeben dann kriegst du Geld auf der rechten Seite sehen wir eine eventfabrikstelle da waren wir schon mal gleich üben mhh dann kommt Davide go Vsoku 5e Gang Rechts Lang Gerade 3te Gang Rechts Linkskombination voll geil hat sie eine flasche wein war zu viel wenn ich leute rechts links kombination bei dem rechts links rechts kombination rechts links links kombination und gleich 90 grad links kombination ja wir kombinieren 90 grad und links kommt eine kleine rechts kurve da geht es gerade aus und dann kommt 90 grad links 90 grad rechts knapp wo das war knapp bei mir bist du auf der latin stoppt da bist du 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 bist 100 meter zu weit gefahren ich habe gesagt wir sind gleich danach dann links rechts kombination weiter 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 rechts da ist der ob sie ja genau vor etm ist genau daneben kann ich kein abgebsen und 79.000 79.000 da gebe ich gleich wieder ab in den etm wenn ich ihn kriegen wird geht wieder nicht kaputt der ist kaputt siehst du da vorne beschädigt beschädigt das däschchen ist kaputze hast du angenommen warum denn da brauchen wir nicht auf dem weg gerade zufällig bin egal kostet ja nichts stimmt drei nein ja drei das ganze mit kawalla er umdrehen oder wohin ja umdrehen oder hochfahren soll ich hab glaubt ich hab jetzt mal auf der straße weiter fahren ja bitte immer geradeaus da kommen wir automatisch drauf und was meinst du wie lange noch wie lange ich gebrochen ich schätze mal vier minuten bis sie da ich war full speed das kommt doch wenn du es versemmelst du nicht mehr ich guck mal auf der irgendwo was zum kaufen gibt unterwegs hier gibt es ein elektroladen ist gut da kann man auf jeden fall werkzeug hier gibt es auch so viel wir sind so viel wir fahren jetzt direkt gleich doch so viel da haben wir nicht schlecht da kann man auch da noch mal hochfahren kohle kohle wird nicht schaden hoch da kann man nicht so viel also gut mit können doch so gleich kaufen und das sind wir wieder voll wenn man respawn essen trinken wir fahren jetzt 17 hoch und fertig wir brauchen essen und trinken und wir brauchen weiß ja nicht überhaupt die nächste mal wieder klamotten an zeug hast dann musst du sowieso da einkaufen fahren ich hab's gehabt das ist mal mehr hast du nicht du machst in der unterhosen und rucksack der rucksack und ich habe kein heißen fleisch und wasser gehabt also ich gar nicht also von dem her jetzt haben wir zu 17 hoch und fertig was kommt da was ist das was ist das vor mir der maut stelle ja vorsichtig langsam durchfahren weiß nicht offen na ist so okay ich steig mal kurz aus bitte aussteigen ich hab's doch gerade eben gedrückt ich bin noch verletzt was verletzt von was denn von dem aufbauer 73 prozent welcher aufprall die lampenschirme schwein ach so ich habe aber 76 prozent verletzt von dem aufbauer 73 prozent kommt steig gleich steig aber warte ja 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 du hast schon eine weile nichts mehr gegessen das soll das schnelle was zum essen suchen sowieso gleich vorhaben haben ja voll die autobahn bin hätten vor hängen der scheide rundes und eckiges und zwei abgekratzt brennt da vorne was irgendwas ist hell davon ich muss mal auszoomen ich bin noch ein beleuchteter turm sein ja es ist ein wasser turm nee das hier ach ne lampe sport haben wir 100 prozent essen trinken da brauchst du gar nichts kaufen eigentlich das schaffst du immer so lang durch drei stunden ganze spiel im stück ohne jetzt kommt aber nicht gleich scharfe rechts links das ist sovier doch sovier gerade doch kommt eine leichte links kurve eine schärfere rechts links kurve danach und eine scharfe rechts links so und jetzt dauert es noch eine minute maximal dann sind wir da abgeben dann können wir da auslöxen genau jetzt der auto abschließen machen das heißt die stadt wie will es gibt es ja cocktails molotovs cocktails hat er überfahren aber ich sehe dich du fährst das gerade um die stadt rein auf der map jetzt sind es vielleicht noch 100 meter rechts links der rechten seite weiter weiter kommt eine lange gerade dann kommt eine abbiegespur vor der kirche hinter der kirche land einruhe dritte moment langsam jetzt jetzt rechts links nicht alle treffpen bitte schön dankeschön ich muss aber kurde geben hundert und 15.000 haben spiel und skills Shir 때 für okay ich bin er mit Sollen wir noch? Auslocken? Nein, ich will in der Kirche auslocken. Äh, warte, dann steig ich mal eben aus. Schließ aber ab. Klingelt gerade, Punkt 11 Uhr. Das geht sogar nicht, Punkt 11 Uhr klingelt hier. Wie geht das? Abschließen. Uh, wie Ulrich. Es hat gerade 11 Uhr Geläude. So. Warte, warte, warte. Warte, so. Ich will doch die Rede halten. Nein, hier hin. du musst dich schon eine messe halten geschwein eine messe also kommt zu der dark side we have cookies kreuz auf den kopf gemeinde gemeinde wir sind hier heute versammelt um mich und ihn wissen dass wir könnten willst du den hier angetreuten engwesenden rein scheiß willst du ab sofort in die schreien scheiß ich kann durch den altar steigen einmal zweimal durch ein jesus ich habe jesus gefunden warte scheiß egal wer dein vater ist wenn ich hier angelöste nicht übers wasser hallelujah also meine lieben freunde da würde ich sagen danke fürs zu sehen und bis zur nächsten folge von let's play alt ist live mit dem mca klaren und danke fürs zu sehen und bis zum nächsten mal bin ich jetzt wirklich mit dem kopf bloß noch im altar drin sieht aus wie so ein maus pad naja kopf oben drin ja du guckst nur deine halbe glatze sich halt da hoch betreuen herrlich das geht mein leben leute tschüssen tschüss Herrlich.